Ah, siehst du, siehst du. Hallo, wie geht's? Siehst du meine Tochter? Hallo. Ich suche noch einen Fahrplatz. Ja, schau, schau, keine. Ja. Und wir gehen langsam, wir werden besser. Ja, wir gehen einfach mal. Ja, schon mal. Du bist schon wieder hier, ne? Andrea, das neue OP mit dir ist da. Die Anja. Hallo. Ähm, Anja? Okay, schon gut, Leute. Ich geh schnell gucken, ist was gut? Ja, Rosi war's ja schon, aber kein Problem. So, Anja, geh mal her, du bring dich jetzt mal nach oben ins Zimmer. Danke. So, bitte. So, wollt ihr gleich noch was mitessen? Hast du Hunger? So, danke. Nein, danke. Schieger so. Zum Auto bringen? Ja. Ja, aber nicht zu lange, ne? Das ist mal ein schönes Haus. Ja, das kenne dir. Ja, das ist so. Ja, okay. Gut. Rosi, ich geh noch in den Bastelkeller bisschen, ne? Hallo. Ja. Was macht dann der Au-pair-Papa da? Der wollte doch in den Keller gehen. Wo? Kannst du uns ohne die, willst du? Gerne. Ja. Hallo. Komm mal rüber. Oh, danke, Andrea. Ja, ich öffne die Tür. Danke, Andrea. Ah. Hallo. 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 Vielen Dank.